Musik Theater wie im Kino. Die Faustfestspiele im Kronach. Damit werben die Veranstalter. Und ja, schon der Rahmen hat etwas Einzigartiges. Wo findet man schon eine solch malerische Kulisse? Ja, unser Theater ist in einem wirklich einmaligen Ambiente. Größte Festungsanlage Europas mit Blick auf den Frankenwald, also ganz oben auf den Berg. Das ist einmalig, das gibt es nirgends sonst. Und wir bieten also jedes Jahr eine Komödie, jedes Jahr Faust 1 und jedes Jahr noch einen Klassiker. Aber immer volksnah verständlich, absolut unterhaltsam für jeden. Man kann sich reinsetzen, man kann sich fallen lassen, man kann sich gehen lassen, man kann genießen. Theater wie im Kino eben. Darauf legt man ganz besonderen Wert. Wir sind nicht verkopft, wir sind Volkstheater im positivsten Sinne. Intendant Daniel Leistner hat er es schon gesagt. Nicht nur Faust steht auf dem Spielplan. Ja, wir feiern auch immer die großen Schriftsteller. Und dieses Jahr hat Shakespeare 450. Geburtstag. Deswegen das berühmteste Stück von William Shakespeare. Die berühmteste Liebesgeschichte der Welt. Romeo und Julia. Von diesem zeitlosen Stück und ebenso dem Autor ist auch Regisseurin Heidemarie Wellmann angetan. Shakespeare ist für mich schon immer der größte Dramatiker und Autor gewesen, den es überhaupt gibt. Shakespeare ist aktuell gewesen damals, war vor ein paar hundert Jahren aktuell und ist jetzt immer noch aktuell. Und während unsere aktuellen Autoren wahrscheinlich in hundert Jahren nicht mehr gespielt werden, wird das wahrscheinlich in 500 Jahren auch immer noch gespielt. Das ist Shakespeare, spricht die Menschen an auf ihrer gesamten Bandbreite von Emotionen. Und deswegen kann man ihn immer spielen und sollte man ihn immer spielen. Wir brauchen einen Stock, was wollt ihr mit einem Schwert? Mein Abschwert, sag ich! Heidemarie Wellmann kam es darauf an, die ganze Breite der Emotionen darzustellen. Die Originalsprache Shakespeare ist nicht leicht zu verstehen. Sie ist der Auffassung, dass... Kunst, wenn sie nicht verstanden wird, auch den Menschen nicht erreicht. Also möchte ich die Menschen erreichen, dadurch, dass ich wirklich den Text so poetisch in seiner ganzen poetischen Bandbreite schon übertragen habe ins Deutsche. Aber ich möchte wirklich, dass da Menschen auf der Bühne stehen, mit denen man mitempfinden kann, die man nachvollziehen kann, weil diese Emotionen waren vor 500 Jahren aktuell und sind jetzt immer noch aktuell. Es geht um Liebe, es geht um Feindschaft, es geht um Kampf. Und das ist nach wie vor das, was die Menschen beschäftigt. Und das möchte ich rüberbringen. Ein Stück steht und fällt mit den Schauspielern. Romeo erschlagen, Tybald tot? Wer lebt denn noch, wenn diese beiden nicht mehr da sind? Tybald ist tot, euer Vetter! Die Julia ist ein bisschen Heidemarie Wellmanns schauspielerisches Ziehkind. Ida Engehardt hat schon sehr jung als Statistin bei den Faustfestspielen begonnen. Die ist mir damals auch immer schon aufgefallen, weil sie sehr diszipliniert war, weil sie immer da war. Und als sie dann irgendwann mal alt genug war und ich eine weibliche Rolle besetzen musste, habe ich sie quasi auserkoren und dachte, ja, der kann man diese Verantwortung übergeben. Die Suche nach dem männlichen Hauptdarsteller dauerte etwas länger. Mit Halil Javus ist man sehr zufrieden. Beide Schauspieler verfügen über große Qualitäten und Ausstrahlung. Bist du nicht Romeo und ein Montagbuch? Ich bin nichts davon, wenn es dir nicht gefällt. Doch wie kommst du hierher? Sag es und wozu? Denkt man, wer du bist? Wenn einer meiner Väter sich erfindet, werden sie dich töten. Die Julia zeichnet aus, dass sie tatsächlich noch ganz jung ist. Also es ist keine 30-jährige oder so, sondern sie ist wirklich ein 17-jähriges Mädchen und bringt diese Frische sehr schön rüber. Und es ist aber auch ein sehr intelligentes Mädchen. Das heißt, sie versteht den Text, den sie spricht und kann das dem Publikum vermitteln. Und sie ist natürlich wahnsinnig hübsch und hat diese strahlenden Augen, die, glaube ich, das Publikum auch fesseln werden. Und der Romeo hat seine ganz eigenen Qualitäten, sieht gut aus, spricht wiederum auch den Text, sodass man ihn versteht. Also ich bin mit den Outpost-Darstellern sehr zufrieden. Julia! Gleich liebe an mich! Ich komme gleich! Heidemarie Wellmann agiert selbst als Schauspielerin. Ich habe den Bruder Lorenz übernommen, den Mönch, der Julia und Romeo verheiratet, und den Fürst von Verona und eine von mir dazu erfundene Rolle, nämlich die Liebe. Zurück zu den Hauptdarstellern. Für Ida Engelhardt geht mit Romeo und Julia ein Traum in Erfüllung. Mich hat es als Kind eigentlich schon immer begeistert. Also ich war jemand, der im Garten mit den Birken irgendwelche Stücke nachgespielt hat. Ich habe auch lustigerweise Romeo und Julia als kleines Mädchen mal inszeniert. Und jetzt, zehn Jahre später, stehe ich hier als Julia und bin unheimlich dankbar. Für Harlil Jawus sind es die ersten Freilichttheater-Erfahrungen. Auch er liebt seine Rolle. Das Tolle an Romeo ist die Spielfläche, auf der er sich bewegt, also die Bandbreite an Gefühlen und Stimmungen. Also ich spiele sehr gern mit dem Romeo, mit dem Harlil zusammen, weil erstens ist er ein ausgebildeter Schauspieler und ich weiß, wenn ich auf der Bühne stehe, ich kann mich auf ihn verlassen. Das Besondere an unserer Julia ist, dass sie eine sehr begabte Schauspielerin ist. Wir geben uns im Spiel sehr viel und es ist natürlich auch wichtig, dass wir uns gern haben oder uns sympathisch sind. Ich genieße es sehr mit ihr, also sie als Julia zu haben und sie als Partnerin, Spielpartnerin zu haben. Dass die beiden, aber natürlich auch das gesamte Team wunderbar miteinander harmonieren, davon konnten wir uns bei den Proben überzeugen. Ein Fluch lebt über diesen schwarzen Zahn! Liebe Vogtländerinnen und Vogtländer, ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein zu uns auf die Festung Rosenberg im schönen Frankenland hier in Kronach. Kommen Sie, schauen Sie es sich an. Spitze, es wird Spitze. Tack, wer Sie jetzt.